Können wir ruhig auch gegen den Wurzeigersinn machen? Ja, jetzt haben wir schon gegen den Wurzeigersinn. Ja, ja, jetzt können wir ruhig machen. Hinsichtlich hinter der Kirche. Hinter den beiden Kirchen. Ja, der alten ansiatischen Häuser hier. Nach 30 Grad. Windcheck 360 Grad. 16 Grad. Aber genau auf der Fresse wieder. Das ist das große Toro unten. Siehst du das, Stefan? Das berühmte Liebiger Tor da, was auf dem frühen 50er drauf war. Würde ich vorschlagen, gehen wir da mal links rum, dann um die sich. Ja, machen wir schon, machen wir schon. Ich gehe um das ganze Ding rum, ja. Ich würde aber dann noch mal einen einen breiten Turn machen und dann können wir auch wieder abhauen und da nehme ich es dann ein bisschen closer die Geschichte. Schaut schön aus, gell? Ja. 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 Das Kind aus dem Weg wäre ich dort hin. Du siehst ja, wo es ist, ne? Warum sehe ich das noch nicht? Ja, also ich sehe es. Ich mache das gerade mit der Kamera, die Hafenanlagen. So, jetzt drücken wir uns ein bisschen nach rechts weg. So, da kommen jetzt freie Gebäude und leider nachkommt es. Genau, dann drückst du gerne noch ein bisschen nach rechts weg, weil ich das auch schon finde. Genau, das ist perfekt. Mal ein bisschen auf. Und jetzt gehe ich aber direkt über die Altstadt drüber, so dass du es also anpflichtig auch noch mal hast. Ich fixe mich jetzt noch mal nahe raus. Mach dann auf. Genau, jetzt hast du es nämlich schön im Licht. So, jetzt drücken wir uns nach rechts weg. Das sieht doch geil aus. So, jetzt wenn du ihn aufziehst, dann hast du also alles im Blick hier. Genau. So, wenn man das dachte. Das ist doch geil, schöner geht es doch gar nicht, oder? Ja. 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 Ja.